Dies ist meine Geschichte. Es ist eine Geschichte von Liebe. Und das ist? Frances Langton. Hm, verstehe. Nicht wie von allen erwartet eine von Maud. Ruhe im Gerichtssaal! Mit ihrer auf das grausamste massakrierten Herrin neben sich, ohne dass sie wach wurde? Niemand erwartet jemals irgendeine Geschichte von einer Frau wie mir. Was hat sich in der Nacht abgespielt? Franny? Auf Doppelmord steht die Todesstrafe Miss Lenden. Das mache ich jetzt nur. Nehmen wir uns erstmal deine Haare an. Was ist denn mit meinen Haaren? Glaub nicht, sie hätte für dich auch nur einen Funken wahrer Liebe empfunden. Es war Lust! Darf ich? Sie glauben, George Bannon war sowas wie ein Gott. Stoßen wir an auf ihren singenden, tanzenden, frohen Menschenbesitz. Der Verstand ist ein Ort für sich. Er kann die Hölle zum Himmel werden lassen. Und den Himmel zur Hölle. Ich habe dir Zuflucht gewährt. Und als Dank dafür nimmst du mir das meine. Mutter! Ich erzähle dem Gericht, was dort passiert ist. Friday! Wobei ich mitgeholfen habe. Ich bin selbst! Ich bin selbst so schlimm gewesen.